2023 hatte für die Sims seine Höhen und Tiefen. Über diese möchte ich jetzt nochmal ein paar letzte Worte verlieren. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es nur noch 10 Stunden, bis 2024 anfängt. Ich bin echt der Meinung, dass 2023 so viele Überraschungen und Highlights hatte, aber auf der anderen Seite dann auch wieder ein paar Lowlights, die die Freude in diesem Jahr natürlich auch wieder so ein bisschen gedämpft haben. Es war wirklich deutlich spannender als die letzten Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, da hat wirklich besonders herausgestochen, dass wir in diesem Jahr ganze drei Erweiterungen erhalten haben. Damit ist leider auch wieder ein kleiner Dämpfer verbunden. Die drei Erweiterungen waren jetzt nicht die umfangreichsten Erweiterungen für die Sims 4. Also ich glaube, gerade so Packs wie Landhausleben haben echt von der Größe des Packs, von der Vielseitigkeit der Gameplay-Themen und auch allgemein von der Struktur des Gameplays wirklich irgendwie Meilensteine gesetzt. Da sind wir dieses Jahr leider nicht rangekommen. Aber ich will es wirklich nochmal betonen, ganze drei Erweiterungen. Ich habe nochmal nachgeschaut, in den anderen acht Jahren von Die Sims 4 hatten wir vier Jahre, in denen es nur eine Erweiterung pro Jahr gab und vier Jahre, in denen es zwei Erweiterungen für Die Sims 4 gab. Aber aus spielerischer Sicht wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass die Entwickler im nächsten Jahr von mir aus auch nur zwei Erweiterungen wiederbringen, ein Gameplay-Pack und dafür alle Packs dann wieder auf einer einigermaßen soliden Basis von der Größe her. Und ganz ehrlich, in diesem Jahr kann man ja eigentlich wirklich nur die Größe und die Umsetzung der Packs kritisieren und auf jeden Fall nicht die Themenauswahl. Ich glaube, es kommt dann wirklich vor, dass man am Ende des Jahres gar nicht mehr so genau weiß, was am Anfang des Jahres passiert ist. Aber man muss es nochmal so sagen, es gab eine Erweiterung, die sich explizit um das Familien-Gameplay gekümmert hat, ein sehr großer Community-Wunsch. Viele aus der Community dachten ja, dass es dann mit Elternfreuden abgehakt ist, dieses Thema, und dass die Entwickler sich da nicht nochmal dransetzen werden. Ist dann aber mit Zusammenwachsen doch nochmal passiert. In dem Schritt wurden Säuglinge ins Spiel gebracht und dann natürlich noch Pferde in diesem Jahr. Also ich glaube, themenmäßig war da irgendwie für jeden einigermaßen was dabei. Wo wir gerade bei Überraschungen waren, ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Accessoire-Packs in diesem Jahr zurückgekommen sind. Ich meine, ganz ehrlich, nach einer zweieinhalbjährigen Pause mit den Accessoire-Packs ist es, glaube ich, auch relativ legitim zu denken, dass die Entwickler dann mit den Sets die Accessoire-Packs abgelöst haben. Und ich bin auf jeden Fall mehr als nur gespannt, wie im nächsten Jahr so die Frequenz aussehen wird, in der die Accessoire-Packs so veröffentlicht werden. Von mir aus könnten sie auch die Sets komplett beenden und einfach nur mit den Accessoire-Packs weitermachen. Aber vielleicht so drei oder zwei im Jahr könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Alle, die gerne ihren Spiele-Horizont erweitern oder alternativ auch sehr genervt von D-Sims 4 und wie es so aktuell läuft sind, gab es ja auch super gute Neuigkeiten. Wir haben direkt zwei neue Lebenssimulationen bekommen. Einmal Live by You und Insoi wurden vorgestellt. Bei beiden stecken riesige Teams dahinter, die an den Spielen sitzen. Und wir werden wahrscheinlich auch schon im nächsten Jahr dann die Spiele aktiv spielen können. Live by You dann eher im Early Access. Ich wollte es an der Stelle auch nochmal betonen. Ich finde es so witzig, wie die Sims eigentlich so bis vor vier Jahren absolut gar keine richtige Konkurrenz hatten. Ob die Entwickler dann da auch ein bisschen Gas geben und merken, okay, vielleicht könnte die Konkurrenz den Sims dann auch ein bisschen gefährlich werden, was ich auch irgendwie hoffe. Zum Jahr 2023 habe ich natürlich auch euch ein bisschen nach eurem Feedback gefragt. Da habt ihr mir auch eher so ein gemischtes Bild irgendwie abgegeben. Einige von euch waren wirklich sehr zufrieden mit den Packs. Unter anderem auch Achim Kesch, der mir geschrieben hat, dass er Pferderanch und zu vermieten wirklich gut fand. Da finde ich es wirklich witzig, wie die Meinungen teilweise auseinander gehen. Meiner Meinung nach waren das wirklich die schwächsten Erweiterungen so in diesem Jahr. Ich glaube, dass sich viele von euch einfach immer schon freuen, wenn es ein gewünschtes Feature wirklich dann in die Sims 4 schafft und ihr dann gar nicht so den Wert drauf legt, wie es genau umgesetzt ist, was ich ja auch irgendwie verstehen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja auch oft negativ mit den Packs, aber irgendwie ist es auch ganz schön, mal so eine positive Rückmeldung zu den Sims zu hören. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir mal nicht zustimmt und dann eure positive oder vielleicht, wenn ich positiv bin, negative Meinung in die Kommentare schreibt. MarvBlock hat mir noch so ein bisschen das Feedback gegeben, dass er sich sehr über die ganzen Fehler in die Sims 4 aufregt. Die kann ich auch sehr nachvollziehen. Irgendwie ist es schon spannend, dass diese Thematik eigentlich seit dem Basisspiel, konkreter wahrscheinlich so ab 2016, wo die Fehler gefühlt irgendwie mehr geworden sind, bis heute irgendwie mitschwingt. Die Entwickler scheinen einfach nicht so den Wert darauf zu legen, gravierende Fehler schnell zu beheben. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass in den Patchnodes eher auch so ganz viele kleine Fehler, die eigentlich nicht so viele Spieler betreffen, behoben werden. Vielleicht sind die dann auch irgendwie einfacher zu beheben und deswegen werden sie schneller behoben. Aber da fand ich an der Stelle seinen Vorschlag auf jeden Fall sehr cool. Er hat sich überlegt, wenn man Fehler in die Sims 4 direkt einreichen könnte. Es gäbe quasi eine Ticketfunktion, mit der man Bugs kurz beschreiben kann. Sehr gute Idee, sollten die Entwickler auf jeden Fall sich mal dransetzen, das so zu integrieren. Vielleicht wäre es irgendwie auch mal ganz erfrischend, wenn die Entwickler mal zwei Monate gar nicht an irgendwelchen Packs arbeiten würden, sondern in dieser Zeit einfach Fehler beheben. Aber so viel zu 2023. 2024 steht kurz vor der Tür. Am Anfang werden wir natürlich eine neue Roadmap erhalten. Es ist ja mal wieder Zeit. Wir haben ja auf jeden Fall schon Bestätigung, dass Anfang des Jahres zwei neue Sets erscheinen werden. Einmal das Gothic-Style und Burgen- und Schlösserset. Das sind sogar die offiziellen Namen. Wenn euch meine Gedanken zu 2023 noch nicht gereicht haben, solltet ihr unbedingt in die neue Folge von Sim Gehört reinhören. Da habe ich gemeinsam mit Micha von SimTimes.de ganz detailliert über jeden Monat von diesem Jahr gesprochen. Unten findet ihr ebenfalls noch mein aktuell laufendes Gewinnspiel bei Instant Gaming. Schaut da auch gerne rein. Ich wünsche euch natürlich noch einen guten Rutsch in das Jahr 2024. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.